Ja liebe YouTube-Freunde, herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Und da haben wir noch hier glatt noch einen Fähigkeitsprogramm. Mal angucken, was wir uns auf Feines davon leisten können. Was haben wir denn hier? Und... Sie sind konzentriert, haben mehr Zeit, um den Bogen zu ziehen. Jetzt setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr mit dem Transportieren. Genau das nehmen wir noch. Alter, ich habe schon sehr oft Kondition gehabt, die ich nicht mal mitnehmen konnte. Auch heute sind Konditionspunkte, die Sie mit dem Waffen mitfahren können. Sehr nice. Ja hier haben wir noch die 4-4-3 auf uns das Raum rausgegeben. Z aktualisiert, 4 von 10. Tagebriecher. Lara! Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kann aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu, ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Ich bin unterwegs. Sch Woa! Shit happens! Hier drüben! Ich kann sie sehen! Das ist es! Oh, ha! Das ist ja nicht, was ich so... Okay! UNTERTITELUNG Ich hinschieße. Na kommt schon. Ich bin mal so ein Gesicht. Es muss einen Weg nach oben geben. Ich habe jetzt allerdings nicht ganz gestanden. Ah, alles klar. Das heißt, ich kann jetzt das Objekt mir ranziehen. Richtig geile Fähigkeiten, die sie hier angebaut haben. Jetzt verschieße ich ja an normalen Fall. Zu sicherlich. Aber das kann ich jetzt auch mal bezüglich haben, wenn ich es verschieße. Ja. Nein. Nein. Wo hat sie wirklich so was halt an? Es ist ja das, wenn ich kein Objekt dran ziehe. Aber mich nicht an Objekt dran zu. Glaube ich. Das kann ich von mir gucken. Nein! Warum hältst sie sich doch nicht fest? Aufmerksamkeit. Er zählt sie zuerst. Pfeile aber... Hat er denn glaube ich keine Pfeile drauf, dann ist ja... Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Oh, geil. Das ist natürlich reißig, aber schön kräftelig, oder? Ja, ist immer geiler. Ich wollte aber gern noch da hoch. Hm. Da haben wir. Wie blind bin ich denn eigentlich? Das funktioniert wohl nicht. Schade. Die Pfeiler sind auch voll. Die Türen kommen sie auch aufweisen. Die entwickeln ja Kräfte, das ist ja unglaublich. Alles Positionberg. Das Wort. Das Wort. Wir rufen Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier kommt Pilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein. Das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Wir lassen ihn nicht sterben. Da unten haben wir was. Hier nochmal was in meinem Lager. Was ich nicht verbringt. Ich habe heute schon wieder einen Bogen. Irgendwas, wo wir mal anschießen können. Da unten. Da oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich gehe runter zu den... Wir haben Gesellschaft. Ich habe freies Schutzfeld. Ich gehe sie! Isab國 FEH! Hat 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 hat. Genau? Da unten. Wenn du heute machst. Na komm schon! Da hält den Pfeil aus, willst du mich verarschen? Jetzt hab ich wieder einen Haufen Pfeil, der hier verschwendet ist, das Scheiße. Wir legen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher rein. Eine Arme, Mörser und Stößeln. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Ah, sehr nett. Kann ich mir wahrscheinlich bald Heilkräuter machen. Dann, halte diesen Kanal frei! Und ich hab auch grad mein zweites Bogenteil gefunden. Was ich im Lager dann irgendwie modifizieren kann. Was ist das denn hier für ein Bug? Lol, nicht litschende Textur. Ich hau mich weg. Oh, ist ja zu geil. Was ist das denn? Der Scheiß kann ich nicht. Ich wollt mich doch verarzten mit dem Pfeil. Check. Damit kann ich mich gar nicht verarzen, oder? Hm. Okay, was haben wir hier? Latane kaputt machen. Okay. Nee, das funktioniert nicht. three von zehn Start-Up mir leuchtet. Die Dinger kann ich ja auch reinmachen. Da oben kreuzte ich das Berg. Da oben habe ich noch irgendwo so ein Sektion gesehen. Da oben. Ich wollte zappeln. Spring! Ich muss mal die gleiche Taste an. Hm. Wir haben hier noch einen Weg, aber da hinten hatten wir ja auch noch einen Weg. Ich glaube, ich geh erst mal oben hin. Ich habe ja schon wieder zwei Wege, das gefällt mir nicht. Aber dahinten muss ich ja weiter ausklicke. Jetzt lass mal nach hier. Okay, dann springen wir mal den Felsen an. So. Oh, das haben wir noch gekriegt im Sprung. Oh, hi. Oh, man. Was ist denn da hinten? Oh, ey. Mann, den Berg hat ich auch noch. Da muss ich auch noch einen Klötter haben. Ich weiß, die Berge sind immer mehr als eindeutig gekennzeichnet. Wenn man krabbeln kann. Aber ich muss jetzt nicht da überspringen. Ich muss jetzt nicht da überspringen. Ich muss jetzt nicht da überspringen. Ja, das schaffe ich nicht. Was bin ich denn da hier oben? Was bin ich denn da hier oben? Ah, ist gar nichts. Ich glaube, ich kann hier unten rumlaufen. Oh, fuck. Naja, das war ja damals ein anderer Weg, oder? Ja, das ist ja schon da oben. Ich glaube, das war's aber. Was nicht geht, geht das nicht. Was ist das denn? Was? Ich kann nicht die U-S-Mausa noch rumlaufen. Hä? Wo kann ich so nichts hier zu schießen? Und scheue nicht. Oh, ich krabbel einfach mein Zeilen rum. Ah! Äh! Wie ist das denn jetzt? Oh! 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 Also, da kannst du mir auch das Teil holen! Ah, ich zinté das einfach mal an. Dann... Let's enden! The back door is set up towards you. So, und jetzt ging es hier irgendwo weiter. Und ich springe halt einfach mal runter. Scheiße, da starb ich. Oh, Mann. Ist aber natürlich jetzt nicht so pralle. Ah, wie dumm bin ich denn aber? Das ist doch nicht dein Ernst. Da oben ist doch nur so'n Scheißding. Und ich springe halt einfach mal runter. Und ich springe halt einfach mal runter. Aber wie sieht's sogar gar nicht aufkrabbelt wie schnell. Ja? Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte bis ich fertig bin. Hilfe! Feuer! Die Schweine mich gleich entdeckt haben, wenn da ja umschiffen was. Was ist denn nicht ihre Kletter-Axt eigentlich jetzt nach unten hängen? Was ist denn nicht ihre Kletter-Axt eigentlich jetzt nach unten hängen? Judas? Excuse mich, am eux. Da bin ich noch so ge Ecuador auf. Da bin ich Basket. Gar nicht fatto. Be invade, zen. scanned wieder nach unten ber Mia Kl overlyciochen. Wie digital ist unsere Masse? Eins von drei Teilen gepumpten. Gewehr. Das finde ich auch schon geil gemacht, wie so die Geschwindigkeiten angepasst waren vom Laufen, auch wenn Gegner um die Nähe sind, dass man auf einmal langsamer und vorsichtig läuft, wo man ansonsten rennen kann. Boah, ich glaube, ich habe doch einen großen Motor. Boah, Waffe modifizieren. Probe, Social Act Club, zu Rekord-Vorpommern. Aber bisher, abends bleiben aktiv. Zerner, Zerner. Boah, sieht da geil aus. Das habe ich schon gemeistert. Abzug, was wir haben, schießen wir, wegen der nach... Oh, Schuss für Grenzen, nö, nee, nee, jetzt machen wir noch nicht. Genau, wir nehmen hier das größere Magazin. All die Fürsten wollen. Schuss für Grenzen, nee, dann bin ich auch nicht. Die Pistole könnten wir noch zeigen, oder? Drei Schuss für Grenzen haben. Das haben wir hier. Wir bringen die Pfeile präziser zu ziehen, oder? Wir suchen den Schaden. Modifikation. Abzug, irgendwie die Schussflug werden. Jetzt machen wir das auch mit. Laufen könnten. Laufen könnten. Ja, schaut, was kommt. Oh, Sturm. Das gehörte früher zu Yamatai. 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 Da war noch was. Da ist bei der Schaden zu. Gucken wir uns noch mal um. Nein, gar nicht, wir müssen doch das Teilhäuern über den. Oh, okay. Nice, nice. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Das zieht wohl fast so aus. Gut. Ja, wir haben eine wunderschöne Truhe. Doch leider sind wir schon wieder am Ende angelangt, was mir sehr leid tut. Und ja, mit dieser Truhe machen wir einfach das nächste Mal weiter. Bis dahin, meine lieben Freunde. Tschüss. Tschüss. Tschüss.